Eintauchen in die Farben eines Sommertages. Einen unbeschwerten Augenblick mit allen Sinnen genießen. Kinder können das, ganz unbefangen und leicht. Leben lässt sich fühlen, riechen und erleben. Neues entdecken, die Welt berühren und sich überraschen lassen. Farben werden zu verbündeten schöner Momente. Wir drucken das Erlebnis solcher Momente, haptisch, duftend, bewegt. Wir drucken und veredeln mit außergewöhnlichen Techniken. Und am Ende überwinden wir die Grenzen optischer Wahrnehmung und lassen sie mit den Augen fühlen, was sie mit den Händen sehen. Wir lieben es zu drucken. Wir sind Kolbe Koloko.